Ich treffe G auf Toilette so und ich sage, was geht, Bruder? Er so, ja, alles gut und so. Ich so, und bla, bla, bla. Und ich so, bist du ready? Er so, ja. Er hat noch so rumgerappt. Ich so, was machst du, übst du deinen Text? Er so, ja, Bruder, ich habe keinen Text. Ich so, wie, du hast keinen Text? Er so, ja, ich muss irgendwas, ich muss jetzt was schreiben in meinem Kopf. Ich so, hast du deinen Verstand verloren? Was bist du denn für ein Typ, Alter? Und ich habe es gar nicht geglaubt. Ich so, ist der wahnsinnig? Warum kommt der hierher und schreibt es? Er so, ja, ich habe auf der Fahrt schon ein bisschen geschrieben und so. Ja, ich glaube, wenn ich es richtig abgespeichert habe, ich glaube, du hast ihn daran erinnert, dass es zwei Runden sind. Ich glaube, er hatte nur eine Runde geschrieben. Ja, das kann sein. Und du hast gesagt, okay, und zweite Runde, also wie, zweite Runde? Das kann sein, aber ich war auf jeden Fall, daran erinnere ich mich gut, da war ich natürlich geschockt.